Wenn es dran bleibt, dann kann der den da rausspielen, dann läuft der Verteidiger mit. Zack, nach innen Druck und dann bumm ist es drin. Heute bin ich nicht an der Taktik-Tafel, sondern ich bin zu Hause. Ich darf mich beim 1. FC Nürnberg fit halten, worüber ich sehr happy bin und sehr dankbar. Denn was gibt es Schöneres als zu Hause zu trainieren?